Es ist bald soweit. Es ist bald soweit. Na kommt mit. Ihr kleinen Creeps. Folgt mir den Tod. Es ist bald soweit. Jetzt ist mein Gift mittlerweile so stark, dass ich fast alle Hits bekomme. So. Euer Team hat einen Turm zustimmt. Schon unterwegs. So. Folgt mir den Tod ihr Kleinen. Folgt mir den Tod. Ja ja. Schon klar. Ich habe auch mehr als genug Mana momentan. Also. Sollte. Kein Problem sein. Ich glaube jetzt muss ich gleich wieder weg gehen. Lalalala. 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 Ich hoffe es ist Elise nicht kommt. Schon unterwegs. Nix. So ich nehme mir die W zum. Damit ich auch wirklich den. Guten Shriek bekomme. Ist auch fast dass der Aatrox nicht levelt wenn er am Turm steht. Ist glaube ich so die Hauptaufgabe. Das könnte wehtun. Hihihi. Der war da sogar drinnen. Ich dachte der war einem anderen Ding. Schade habe ich meinen Jump sinnlos vorbei. Und ich dachte ich kriege ihn. Ich habe wenigstens nicht mehr Leben als der Aatrox. Er sollte echt aufpassen was er macht. Autsch. Und ich sollte aufpassen was ich mache. Sonst wird das. Und zwar das wir dem Leben der längste Zeit so. So wie sieht es denn aus. Ich habe noch keinen Turm verloren. Der Aatrox selber verliert seinen Wald. Runden auf der Bot sieht es genau umgekehrt aus. Ähm. Mana Rüstung. 50 Rüstung. 1 Treffer durch normalen Angriff. Das Angriffstempo des Angreifers. Eine Sekunde lang. 15. Prozent verringert. Ich habe 1,4. Dann könnte ich mir fast sogar schon. Ich hoffe mir lieber mal die Schuhe. So. Schuhe mit Eifer. Schwenken. Und ich habe immer noch 2,6. Also das ist auch ordentlich. Ordentlich. Help. On. Top. I can't kill. Him. Wenn da jemand, ich würde können kann er den Tower ganken. Das ist ja kein Problem an sich. Schon unterwegs. Ja. Schon klar. Ich übernehme mal das SS für die Mitte. Okay, Lisa und Dings sind unten. Das heißt jetzt ist meine Zeit. Oh, der Turm ist da. Es ist bald so weit. Oh, der Turm wurde getötet. Hallo, na hast du auf mich gewartet? schon. schütteln oder nicht gegnerische doppeltötung schon unterwegs aufpassen beziehen dass ich ich bin so mittlerweile schnell aber das heißt nicht dass ich gewinne aber ich könnte den koki mit er schnappen eventuell wenn das ist so klappt wie ich will nein tut es nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott was war das denn jetzt das war jetzt also ganz ehrlich da hätte man wirklich vorher etwas sagen können oder haben so ist natürlich nicht natürlich nicht natürlich wissen das ist dieses thema ich reiß mich mal zusammen viele ausnahmsweise mal kein passiert doch häufiger dass ich auch mal jemanden viele und dann viele der gibt dann viele der rest des teams koki ach du scheiße guckt euch mal koki und elisa schütteln oder nicht da wird jetzt gleich katharina wird er jetzt gleich den farm holen da war doch klar die versucht den tower zu bekommen kann es aber vergessen den tower kriegt sie nicht es ist bald soweit hallo farm na ich habe den großen nicht bekommen hier mit 1,4 mana also das sollte so schnell nicht alle gehen schütteln oder nicht schütteln und soll ich langsam in den teamfight reingehen denn sonst wird es knapp so die machen auch mit dann beim teamfight sooo spaß an das war's das war's da kann ich nichts machen oh die elisa und katharina ist tot sehr schön schütteln schütteln oder nicht schütteln oh mein Gott das haben wir gerade das überlebt äh wiii koki holt sich jetzt den turm es ist bald soweit und dann gehe ich jetzt mal noch ein bisschen auf wüstung oh Gott ich sollte mein Leben auffallen ich bin bei 2,7 momentan fälzlichen grenzen mit der geschwindigkeit ich bin bei 410 das ist jetzt nicht unbedingt die härter da hätte ich lieber auf 450 im endeffekt das wurde mir schon wesentlich besser gefallen ja ja schon klar so immer aufpassen dass mein turm nicht down geht dass katharina schon wieder ich glaube die könnte jetzt down gehen ja schon klar schütteln oder nicht schütteln ja und und stürp 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 das könnte jetzt auch mein Tod sein ja das war mein Tod oh mein Gott wir haben keine Chance wir haben keine Chance ich bin beziehungsweise nicht so gut dass ich da irgendwas alleine reißen könnte die das andere können ich kenne da genug Leute die nein wir geben nicht auf ich kenne da genug Leute die könnten das alleine reißen mit singend aber ich kann es zum Beispiel nicht der Gegner hat einen Turm zerstört und man sieht schön dass ich jetzt mittlerweile auch ziemlich viele weil ich halt im Teamkampf keine Chance habe wenn der Rest des Teams nichts kann was der Fall ist wenn man sich Thresh anschaut Alter der Gefeedete Schauen wir mal ganz gut ob ich mir noch was leisten kann ähm ein Buch kann ich mir noch holen von mehr Ability Power oh jetzt haben die Gegner super was an das ist sehr unschön ja ja schon klar dann 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 ich komme schütteln oder nicht schütteln so jetzt will sie sich den Turm da hinten holen schon unterwegs den bekommst du nicht Schätzchen den bekommst du nicht ich na ihr lieb ihr Creeps ihr süßen ihr wundervollen Creeps ihr jetzt ist sie wieder da hinten ja ich komme doch schon ich komme doch schon ich komme doch schon ich komme doch schon jetzt gehen sie hier hoch ja ja schon klar ja ja schon klar oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott jetzt gehen Das war so klar Das kannst du nicht vergessen Da kann ich reinrennen wie ich möchte ich war gerade ein bisschen still weil ich Besucht habe ich zu konzentrieren da kannst du reinrennen wie du willst du erbringt passiert nichts Ja ich habe jetzt 175 rüstung Die geht auf magie jetzt geht sie auch auf magie Der rest geht auf angriff der atrox selbst ist nicht wirklich gut Leute macht er das vier erstmal dauernd Alles klar Okay okay komm kill ihn kill ihn oh mein gott kill ihn Kann nicht sein Dann wird bald wieder aufgebaut sein Ich hoffe mal die verfolgen demweil oder versuchen es zumindest Terminiert Nice Ich immer mich um den creep Ja ja schon klar Oh da versuche ich mal im jungle mich noch ein bisschen zu Betätigen Mischen 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 Schwenken Mischen Hallo na ihr süßen Komm her Na los Ja ja schon klar Ist die Katerina da hinten noch Schütteln Schütteln Okay wenn die Katerina getötet wurde Werde ich jetzt mal versuchen auch wenn es vielleicht ein bisschen wackerst ist Ist bald soweit. Werde ich versuchen, die... Oh, wohl. Schütteln oder nicht schütteln? Da habe ich jetzt falsche Tasten-Gummi gedrückt. Ja, ja, schon klar. Na, Blitzy? Uh, uh, uh. Ja, der ist schlubb, okay. Komm schon. Oh mein Gott. Schon unterwegs. Oh mein Gott. Stirb. Ja, ich habe es vergessen. Haben wir den nicht mehr bekommen? Den Blitzcrank. Oh mein Gott, ich hatte erst tot. Was kann ich mir jetzt als nächstes freuen? Was habe ich mir jetzt als nächstes freuen? Boah, da habe ich viel zu wenig Ahnung von Singlet, um das jetzt noch reißen zu können, ey. Warum kann mein Team nie was? Magieresistenz. Klingt gut. If I go in, fuck man, go in with me, that's the sick time. You are the tank. Ja, ich weiß, dass ich der tank bin. Die gehen ja auch auf mich eigentlich drauf. Das Problem bei der Sache ist, dass ich als Singlet weglaufen muss. Ich muss ja um die Gegner herum oder in... Ach, was weiß ich. Wie gesagt, ich habe viel zu wenig Erfahrung mit Singlet, um da irgendwas Positives bewirken zu können. Wenn wir 16 bin ich, da bin ich sogar noch einer der besten im Team, der jetzt kannst du nicht glauben. So, ich gehe jetzt vor als Tank. Ich habe natürlich kaum Leben, weil ich für den Tank bin ich ziemlich schlecht. Das war's für den Tank jetzt, ey. Boah. Da kann ich tanken, was ich will, ey. Da passiert nichts. Ich glaube, das war... Ich kippe mal auf Nein, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe. Ja, ist eine Aufgabe. Tja, meine Lieben. Das war's mit Singlet. Wir haben es leider nicht geschafft. Ja, kurz das abwarten. Auf der Lane an sich ging es ganz gut gegen Artrocks. Das ist eine Lisekammer hoch. Dann bin ich das eine Mal gestorben, obwohl ich dachte, ich kriege sie noch. Ansonsten, wenn ihr Tipps mit Singlet habt, immer in die Kommentare, damit es wird. Wenn ihr neue Champs sehen wollt, in die Kommentare, damit. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich mit dem Singlet mache. Ob ich da jetzt so offensiv reingehen soll. Dann sieht man, was passiert mit dem... Da bin ich sofort gestorben. Oder ob ich dann wirklich wegrennen soll mit dem Singlet. Das Problem an der Sache ist, auch da kriegen sie mich, wenn sie zu 5. Auf mich losgehen, da habe ich als Singlet keine Chance. Weil ich werde eine Katharina im Gegner-Team hast, die dich dann anspringt und anspringt und anspringt. Oder in der Kali oder was weiß ich, was es da noch so alles gibt. Ein Set zum Beispiel. Es gibt für jeden Champ natürlich Tipps. Also wenn ihr welche habt, wie gesagt, in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios, Amigos. Tschüss.